Bratenton fragt Pete Smeet. Euer Steak medium, rare oder well done? Mein Steak wird medium rare. Medium rare. Ich esse mein Steak gerne medium oder medium plus. Das kommt immer darauf an, wo ich gerade bin und wie das Restaurant das so macht. Weil ich mag es gerne medium, aber manche Restaurants, keine Ahnung, die haben eine etwas andere Sicht von medium bei den Steaks. Und dann muss es halt medium plus werden. Also innen noch schön rosa, aber nicht, dass es halt so blutig triefig noch ist. Ja, sehr lecker. Medium plus, also medium plus Richtung well done. So ein kleines Ticken drüber. Ich mag mein Steak am liebsten medium. Allerdings gibt es im Maredo den heißen Stein. Ja, ich weiß nicht, ob es den noch in anderen Kuh... Also in manchen seltenen Steakhäusern gibt es das halt noch den heißen Stein. Und dann bestelle ich tatsächlich gerne... Das ist ja für eine Gameshow. Ne, das ist mega geil. Ich weiß, ich bin der heißen Stein. Und dann bestelle ich immer Englisch plus, weil dann gar ich das dann immer noch ein bisschen weiter und hab es dann trotzdem medium. Und das ist halt dann immer das geilste. Aber ein Steak muss auf jeden Fall rot sein. Also innerlich. Sonst ist das halt nicht gut. Alles was rot innerlich ist, ist schön. coatedötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötotötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötöt